Häuser den Menschen, die gern drin wohnen, ohne das Menschenrecht muss bezahlbar sein. Rücke beeignen, rücke beeignen, rücke beeignen, rücke beeignen, umverteilen, 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 umverteilen. Häuser besitzen, darf sich nicht lohnen. Häuser den Menschen, die gern drin wohnen, ohne das Menschenrecht muss bezahlbar sein. Rück übereignen, rück übereignen, rück übereignen, rück übereignen, umverteilen, 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 jetzt!